Das ist auch die Hauptstraße und dann sind wir von Autopool. Das können wir auch später achten, weil wir dann kommen wir nach Autopool direkt rein. Wir kommen niemals nach Autopool direkt rein. Gut, dass ihr markiert und nicht rausspringt. Ich dachte, die wollen auch diskutieren. Außerdem sind zwei Markierungen draußen. Das hätte jetzt für dir eigentlich klar sein müssen, dass wir jetzt nicht einfach zu irgendeiner... Bei mir war Vincent dran mit Auszählen. Das ist schön, dass es für dich so war. Dann teil deine Gedanken nächstes Mal. Gerade mal nicht so passiv-aggressiv. Nein, aber das ist so... Du sagst das gerade so, als ob wir irgendwas falsch gemacht haben und du nicht einfach rausgegangen bist. Ja, lass uns rechts im Auto. Da ist Dutch hier sogar. Ja, eben kurz hier looten und dann weg. Oder wollt du direkt Geogopool? Egal, wie wohnt. Wenn du einen Geogopool haben, dann mehr Loot, ne? Okay, dann go, go, Geogopool, meine Fresse. Nice, ich wusste noch nicht mal diese Animation von diesem Megasprung fertig laufen. Geachtet. Nice Speed! Weg die ersten hier. Wollt die Polizei noch nicht mehr raus. Dann geh ich zur Polizei. Wir nehmen das Theater. Jetzt blicken wir uns ein bisschen heavy. Ich hab ne M-Sicht. Sehr schön. Hier heute so gerne zur Arbeit. Warum? Weil ich doch heute die, 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 die Leiterausbildung, die wird bei mir vorab verschoben. Das heißt, ich fang die morgen schon an. Und, äh, das heißt, ich muss, ich muss morgen, äh, heute. Ich muss heute nicht arbeiten, sondern nur die Leute rumkommandieren. Das ist voll cheesy. Du, gehst jetzt lutschen. Ja, genau, genau. Ein Tag, wo, wo ich den Liga fegen lassen hab. Äh, fegen lassen hab. Weiß nicht, ich wollt mich grad freuen, dass da ne UMP mit dem Suppressor daneben liegt. Oh, ne UMP? Mit Suppressor? Lol. Fuck you. Ich hab nen Pistol Suppressor gefunden, so weißt du. Ich hab noch nen Rucksack übrig. Ich denk mal, das wird hier kein Problem sein mit Rucksack. Ich sag's trotzdem an, bis jetzt, also weiß nicht, wie weit ihr eure Ausrüstung habt. Ja, ich bin jetzt bei 1, sei Quip. Alles 1. Backpack jetzt grad 2. Ich hab auch 2er Backpack. Oh, 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 ach ne Saiga. Na gut, Saiga nimmt lieber. Oh, ich hab 3er Helm. Das Nachladen ist von der Saiga einfach ziemlich nice. Ich hab tatsächlich auch alles auf 2er equipt sogar. Oh, krass, ich hab nicht mal nen 1er Helm. Ich hab noch ne AKM übrig. Helm hab ich übrigens auch rumliegen. Von mir. Was hast du oben liegen? Ein Helm. Jetzt, normale Zivilhäuser, irgendwie hab ich hier keinen Lack. Ich mag die Hochhäuser einfach nicht mehr. Ich geh trotzdem irgendwie jedes Mal rein. Ja, ich mag die auch nicht mehr und ich geh auch nicht mehr rein. Äh, der Airdrop kommt übrigens da direkt so da. Da? Weiß nicht, ob auf der Brücke oder neben der Brücke, aber so in der Richtung. Ich find die Angabe direkt so da schon ganz... Ich hab's markiert. Ja. In dem Moment. Ey, ich hab's schon gesehen, Ben, aber ich find die Angabe einfach nur schön, einfach nur... Beautiful. Ja. Beautiful. Cool. Es nützt noch nichts, wenn ich euch jetzt die Richtung von mir aus angesagt hätte. Das hätte euch eh nix gebracht. Was, wie? Jetzt kommt im Süden... Elft. Oh, ein Pine-Killer. Oh, Zweierweste. Oh, Extendus. Wenn ich hier runterspringe und auf dem Auto lag, ich lag nicht auf dem Auto. RIP. Ich hab noch ne M16 übrig. Na, brauch ich alles noch. Ja, könnte ich auch brauchen. Jetzt nur Close-Port-Eye-Griff. Aber gibt's erst mal 7. Dann lass ich mal hier noch 60 Schuss oder 40 liegen. Hast du mir erst nicht vorher... Markier's einfach für mich, das wär super. Hier, wo ich grad stehe. Und du bist grad mir vorbeigelaufen. Achso, ich dachte auch, wir ist im Dings, im größeren. Oh Gott. Die erste Runde heute. Läuft halt mir vorbei. Ja, markier mal wohl mich. Alles klar. Ja, aber ich dachte, du bist im Vincents Haus. Wenn er weiter links ist, dann geh ich jetzt erst mal noch rechts in die Häuser. Oh Gott. Soll ich wem von euch ne OMP mitbringen? Ich glaub ne OMP, aber danke. Wenn du Platz hast, bring mit. Mach ich. Solang ich keine Assault Rifle finde, mach ich das. Wenn ich keine finde, schreiß ich auf die OMP, aber sorry Ben. Noch eine Runde, Leute. Echt die beste Zeit, um zu zocken. Ich hab noch nur M16 hier. Ist es nicht so warm? Nein, ich meinte jetzt eigentlich auch so vom Dings, weil wenn ich jetzt so zocke, dann hab ich am Anfang keine Lags oder so. Das ist, weil die Server einfach noch nicht so ausgelastet sind. Man merkt das richtig. So, ich kann echt wunderbar zocken. Weit im Süden. Was ist weit im Süden? Schlüsse? Schlüsse, weit im Süden. Ja. Oh. Ich muss mal, glaub ich, mein Mikro bisschen umstörten. Nee, ich hab's grad einfach nur. Ich hab's einfach nur nicht. Ich hab's einfach nur Hirn so. Das war jetzt hier Black. Hirnfaxen so. Ich hab hier noch einen roten Dutch, ja. Wenn wir gleich mit zwei rumcruisen wollen. Ich hab euch jetzt einen Ticket lauter gemacht. Vielleicht ist das jetzt besser. Ich hab'n Medikit und'n First Aid Kit. Wieso hab' ich keine... Ach, das erklärt einiges, warum ich keinen Platz habe. Zu viele Bandagen dabei. Nee. So viele Attachments. Drei Red Dot und Holographics. Drei Grips. Und noch zwei Angle Fork Grips. Drei Grips, aber kein Grips. Drei Grips, aber kein Grips. Drei Grips, aber kein Grips. Drei Grips, aber noch ne Uzi übrig. Wegschmeißen, ey. Wegschmeiß weg, die Uzi. Ekelhaftes Ding. Was hab ich grad in der Hand, die Uzi? Schmeiß weg. Ich will die UMP haben. Vorher schmeiß ich die nicht weg. Zone kommt übrigens langsam, Jungs. Ah, wir sind doch in Meta. Ja, ja, ich sag's nur, dass ihr nicht plötzlich überrascht habt, dass die Zone neben euch ist. Das stimmt. Darum geht's mir. Ich mach ja keine Panik. Ich sag mal. Gestern war das ja auch so mit mir und Vincent, Alter. Wir fighten und fighten und fighten. Auf immer bumm, die Zone fickt und so. Wir denken, krass. Kann jetzt nicht sein. Absolut nicht mitbekommen. Ja, vor allem, das ist jetzt ja, wenn du fightest oder so. Du denkst dir, komm lass mal weiter. Auf immer, zack. Dann kommt die Zone schon und du denkst, nee. Kann's jetzt nicht sein. Noch mehr in 16. Hena, hast du jetzt ein Stummgewehr? Nein. Ben, wo... Wo läuft... Ah, bei grün ist ein Sturmgewehr. Was los? Wo gehst du hin, Ben? Warum? Warum? Vielleicht die Zone. Ja, aber der kann nicht doch weglaufen quasi. Was? Selbst wenn der ein bisschen abkriegt. Ich wollte halt hier außen die Häuser noch kurz looten. Das dauert ja nicht so lange, so ein Haus zu looten. Und da könnte noch geiler Scheiß drin sein. Also geilen Scheiß hab ich leider bis jetzt noch nicht gefunden. Also in dem grünen Haus ist eine Assault Rifle, Ben. Dann leg ich dir da auch die Umfahr hin, ne? In dem grünen Haus? Boah, das ist nicht in der Zone. Das ist uncool. Aber angesagt, wo es ist. Ja, feil dich. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ich in der Zone. Der Meter. Besser als so ein laufender Meter. Ja, okay, ich leg dir die Umfahr sogar daneben in die Zone rein. Dankeschön. Ich muss halt nicht so viel Damage fressen. Das ist schon ganz angenehm. Habt ihr irgendwie Scopes oder so? Redlot. Holo. Also seid ihr auch nicht wirklich gut bestückt mit Scopes. Naja, aber das wird schon noch. Letzte Runde hatte ich tatsächlich zu viele. Ja, kenn ich, kenn ich. Ich hatte bei der Solo-Runde mal zwei Achter und ein Fünfzehner. Okay, ein Fünfzehner. So, wer möchte, wer möchte, äh, Ben? Ben, du hast eine Assault Rifle, ne? Ja, ich hab eine Scar. Dann komm mal her, hier ist die Umfahr. Bin ich auf dem Weg? Und ja, Ben, ich hatte die bis jetzt auch nur ein einziges Mal das Fünfzehner-Scope. Und das war erst vor kurzem. Hab ich das zum ersten Mal bekommen. Na, ich hab schon über 200 Stunden in diesem Spiel das erste Mal dann erst dieses Scope bekommen. So, und ich brauch definitiv ein bisschen Fünfzehner-Amo, ne? Ach, hier ist die Saison-Amo, ne? Ja, ich hab die Ammo immer mitgenommen, deswegen ist das kein Step. Hä, wieso ist hier oben... What the fuck? Hä? Du darfst auch ruhig Danke sagen, Ben. Ich hab dir Fünfzehner-Amo gegeben. Wo muss ich denn da Danke sagen? Achso, findest du besser. Ich bin der fucking Silencer, du Noote. Den ich... Tatsächlich brauch ich den nur so halb, aber danke. Wieso nur halb? Weil ich halt schon einen Kompensator habe. Halt mal kurz zu. Da oben im Hochhaus. Die letzte Etage, wo ich grad drin war. Ohne Scheiß. Das Haus war nicht gelootet. Da waren First-Aid-Kids und Painkillers. Und da oben war die letzte Tür auf, die definitiv nicht auf war. Und da war gelootet. Aber nur das oberste rechte Stock. Ja, der wollte sich während des Sniper raushängen. Und wir müssen... Wir können sogar gleich noch weiter looten, Jungs. Richtig trollig, ey. Hab ich noch nie gesehen. Ich dachte mir, da ist jetzt einer drin, so. Aber da war keiner. Steven, hast du noch ein bisschen 556er für mich? Ja, ja, hier. Weil ich hab insgesamt 60 Schuss. Wollt ihr das Auto eigentlich noch weiter benutzen? Ich hab 70, Vincent. Dann lass uns das erstmal so. Wollt ihr das Auto weiter benutzen? Ach, scheiß auf das Auto erstmal. Grad nicht. Ich mein in Zukunft. Nicht? Grad nicht? Achso. Ja, klar. Das ist ne gute Idee. Nimm das mal hier so in die Richtung mit. So meintest du. Jaja, ich hab's jetzt auch... Das steht halt gerade am Zonenrand, ey. Die Mone wolltest du schon nicht beschlagen. Boah, diese Scheunen lieb ich aber zu mir. Sie wohnen ist, dass ich bei mir eher ne Simson. Was? Ne Simson. Ein Moped. Hier sind auch nur OMP. Aber das kennen halt Westleute nicht. Simson sind die Ost-Mopeds. Oh, ihr Össis. Achso. Ne, das bin ich nicht. Also... Ich hätte übrigens entweder einen AR-Kompensator oder einen AR-Schalter einfach zu vergeben. Ist mir sogar egal was davon. Hier ist noch ein Zweierhelm oben. Ein Zweierhelm würde ich gerne haben. Was ist da noch, Vincent? Zweierhelm. Den hab ich schon. Oh, Dreierhelm. Sieg. Ich hab einen von euch auch mit dem Dreier gesehen. Jetzt haben wir schon zwei im Team. Me. Ich bin's. Oh, ich hab auch noch ne Assault Rifle-Kunst. Oh. Die kommen ja je nach Situation her. Brauchen wir Sprit? Moment, da muss ich mich noch mal reinsetzen. Ja, wir haben unter Hälfte auf jeden Fall. Kannst schon reinhauen. Alter, ich finde nur wie die Meter Armour hier rumliegt. Das ist so die Frage, die wir uns früher nie im Leben gestellt haben. Haben die Spawn-Rate für Shotguns und so echt verdreifacht oder was? Keine Ahnung. Dreierweste braucht wer noch? Dreierweste, ja. Also Duo. Zwo. Ich brauch auch noch ne Zweier. Ist blau markiert. Oder... Hat er jetzt Dreier oder Zweier? Zwo. Zwei, Duo, DOS. Okay, okay. Sag Zwo. Das sagen die beim Bund auch, damit man das nicht verwechselt mit drei. Im Funk. Mhm. Finde ich gut. Nein, es gibt keinen Platz für Pan-Killers. Das darf einfach nicht vorkommen. So. Ein Wegplatz. Genau. Ja, ist echt so. Bei Pan-Killer hat der Spaß auch. Ah, die Zone kommt. Ich muss... ... so langsam in ein Hochhaus gehen, was in der Zone ist. Und wie viele... Reddard braucht's Zeit keiner, ne? Reddard braucht keiner, glaub ich. Was? Wie viele? Wie viele... Moment. Achso, wie viele Pistolen hier rumliegen und so. Das ist halt... echt krass. Oh, ist die Saison langsam hier. Ja. Die lässt sich Zeit. Wir haben ein bisschen Glück gehabt mit der zweiten Zone, ne? Ja. Die lässt sich Zeit. Muss ich sagen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Stimmt. Auch mit der ersten Zone hatten wir Glück. Waaah, komm. Wir werden AKM haben. Was? AKM? Ey. Also, Zweier-Weste brauche ich noch unbedingt, ne? Sau markiert, wie gesagt. Ja. Damit das nicht vergessen wird. Da hat Bendy sich genommen. Naja, die hat Bendy sich genommen. Zweier-Weste habe ich nicht genommen, die. Ich hatte schon eine. Achso. Lol. Du brauche ich gesagt was. RIP! Die ist jetzt in der Zone. Ja, nice, Sata. In der Minute. Kommt die Zone lohnt auch mal an. Ist die wirklich so langsam. Ja, du hast noch Zeit, wenn du willst, Steven. Ja, okay. Scheiße. Ich hatte doch die ganze Zeit schon zwei gequippt. Warte, wo ist die? Bei Blau? Ja. Ja. YOLO. Ich finde jetzt eh hier gleich noch einen, also. Airdrop, Osten. Da ist ein Airdrop. Da ist ein Airdrop. Wie weit? Ja, wobei. Wo hast du es denn? Wie weit denn? Äh, 200 Meter oder so? Und? Das sind drei, vierhundert Meter. Da gehen wir hin. Ich bin noch genau da drin. Er ist, er ist straight da drinnen auf dem Tisch. Das ist der kleine Schuppen daneben? Ja, ja, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Äh, Steven, äh, ab nach Osten. Sofort jetzt. Ich hab nen Sniper Rifle Suppressor gerade gefunden. Du brauchst noch ne Sniper Rifle. Richtig. Da krieg ich gleich noch den Suppressor für die Assault. Ja, wenn du zu mir kommst, kann ich dir den geben. Du bist leider wieder bei der falschen Person. Oh, und ich hab die Zone falsch abgeschätzt. Fuck. Ah, ich hol mal das Auto. Steven, du brauchst Heilung. Ja, ja, ich zieh mir jetzt was rein. Also Medics hab ich auch genug. Ein Med-Kit, zwei First Aid, zwei Pain-Killers, vier Energy. Ähm, hier. Danke dir. Brauchst du noch Medics, Booster, irgendwas? Ich hab sechs Booster und ein First Aid-Kit. Und First Aid-Kit wäre höchstens das. Hier, genau. First Aid-Kit kann ich die geben. Dankeschön. So, fahren wir jetzt zum Airdrop? Und jetzt eigentlich nicht mehr. Obwohl, doch. Wir sind jetzt ehrlich noch zum Airdrop? Ja, wir sind so viele. Okay. Ich muss irgendwo hier rechts sein. Rechts, 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 rechts auf den Hügel. Und dann aber nicht über den Hügel fahren. Stopp, 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 stopp. Stopp. Sehen. Da sind weggefahren grad. Jupp. Wer hat ihn grad im Flug noch mal gehittet? Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall hat grad zwei, drei Hits, glaub ich, gesehen, insgesamt. Am Ende hat noch einer, als er über den Hügel gefahren ist. Oh, kann ich machen. Da hast du auch wieder mehr Platz. Und dann ist doch... Ich fahre, lol. Ja, aber du musst, wenn wir sind dran, musst du warten. Wohin gehen? Du musst auf jeden Fall fahren. Da. Würde ich sagen mit Gelb, oder? Also Winzensrunde ist es eigentlich... Südosten, Südosten. Aber Gelb ist gut, Gelb ist sehr gut. Ich hab erstmal noch ein bisschen korrigiert, damit wir schneller reinkommen. Aber da sind die halt hingefahren, ne? Wir fahren den... Den Dudes jetzt genau hinterher. Ja, dass die hier drüber gefahren sind, ist normal. Einfach von meiner Hand. Wow. Ich hab's doch grad gesagt! Nicht hörn! Wie wärst du jetzt einfach drinbleiben, Wunder? Ja. Jetzt geht die Gas. Jetzt ist natürlich das so. Der Pinks, du hast was gehört, was Turn gehört, und dann auch los. Die Märtyrer sind wieder unterwegs. Ja, das ist in Deutschland, ne? Wir haben den Rettons grad geschroffen, oder? Ich hab'n Zweier, Scope. Ja, ich hab'n Zweier, genau. Ah. Aber logisch in die Märtyre... Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren! Weiterfahren, weiterfahren! Das war nur erstmal die erste Markierung. Damit wir in der Zone dann halbwegsten und nicht mehr Zonendamage fressen müssen. Mhm. Aber logisch sind die Märtyrer unterwegs. Wir fahren mit dem Dacia. Die sollen sonst auf vier Leute reinpassen. Freie Zone? Freie Zone, Jungs. Ja, gut. Fahr durchs Wasser. Ja, der hat da zu wenig Schwung. Das schaffst du nicht mit dem Schwung, den du jetzt hast. Weißer? Woah! Ja, ja. Äh, rüberschwimmen, rüberschwimmen! Sein Rochergurt hat aufgeballert. Und links von uns wird geschossen. Auf uns? Weiß ich nicht. Na, ich wurde paketet. Achso. Na dann wohl auf uns. Irgendwo von da oben. Ja, oben aufm Haus. Auf dem blauen. Ja. Na dann haben wir eigentlich grad aber Deckung. Ein bisschen. Auf dem roten wahrscheinlich auch daneben. Ah ne, ich seh ihn. Ich hab keine Deckung mehr hier. Fuck it. Er ist oben drauf. Ja. Ja. Ich kann ihn nicht sehen, leider. Ich schiefe da nur drauf, um ihn zu suppressen. Hinter uns sind auch noch Leute, ne? Wir sind hier komplett offen. Das ist doch echt klar. Ja, wir müssen uns echt hier weg bewegen, oder? Ja, wir müssen Richtung, äh... Ich schwimme einfach weg. Osten oder Süden. Ich hätt gesagt Süd. Ich hätt gesagt da grü. Ich hätt dann halt laufen. Ich hätt ins Wasser und schwimmen. Lillele. Tschüss. Das ist halt schon ein bisschen cheesy. Ja, es ist halt lächerlich, weil ich hier einfach keiner treffen kann. Ja doch, wenn er die Waffe unter das Wasser hält, kann er dich hier einfach schießen. Hab ich dauernd schön gemacht. Das ist witzig. Ja. Okay, links von uns ist ne Groza. Passt auf. Also direkt mit Blau. Oh, vor uns unter der Brücke ist jemand. Direkt unter der Brücke laufen zwei Leute. Oh, da sind Steine. Könnten wir zu Norden. Ne, aber dann sind wir von hinten immer noch offen von den, die auf uns geschossen haben. Ich sag's euch nur, ne? Ja, da schießen wir wirklich von Norden. Ja, die schießen auch immer noch. Ne, das ist von Norden. Das ist ein anderer. Ja, ja, schießen auch immer noch. Alle. Aber wir sind dann halt, entweder sind wir für die vor uns offen, oder für die nördlich von uns. Ja, das ist jetzt doof. Haben die so viele Optionen. Wir können noch ein Stück weiter zu dem Strommast hier links neben uns und dann zu den Bäumen einfach gucken. Wasser muss mir jetzt auch nicht einfallen. Ja, wir wollten dann eigentlich zu den Dingen schwimmen, ne? Äh, rennen. Zu den Häusern. Ah, in den Häusern. Oh, Leute. In der Garage. In der Garage. Hab zwei gedowned. Oben drauf, oben drauf, oben drauf. Kommt runter. Ja, genau, genau. Ben, ich brauche ne Smoke. Ich brauche ne Smoke. Äh, Moment. Wo willst die denn hin haben? Genau, hier vor uns einfach. Ich klingt, dass die Brücke nicht schießen kann. Die haben hier auch gerade schon Leute zersägt. Soll ich versuchen rein? Oh, die geile Zampelchen. Geh rein. Achter Scope hat ja einer. Und ne M24. Alles klar. Der M24 würde ich nehmen. Voll ausgestatteter Sniper. Aber richtig voll. Äh. Boah, das ist so knapp. Der M24 würde ich gerne nehmen. Da ist auch ein Achter Scope und alles dabei. Für die. Zum, zum ranpacken. Ah, Simon. Ich hab den draußen leider nicht so gut getroffen. Sorry. Ja, nicht so schlimm so. Er hat natürlich mich als erstes gefokust. Obwohl. Hey, noch ein First Aid. Nice. Und vier Energy Drinks. Hier wollt jemand traden. Und ein Painkiller. Ja, die haben ja gerade jemanden zersägt. Und die zwei, die haben da gerade gelootet. Und da hab ich so zerballert. Nehm mir mal... Ne, ich nehm First Aid und Med. Äh, nicht das Med-Kit. Also Booster und so hab ich echt genug. Schaut bitte auf jeden Fall jetzt gerade rum. Ich loote gerade. Ja, ich muss mich gerade heilen. Wenn einer noch einen Scope übrig hat dort. Was besser als 2-Fach ist. Ich würd's nehmen. Na, Dito. Ich liege oben. Im Nordosten kommen Leute angerannt. Sind aber noch weit weg. Bestimmt 150 Meter. 200 Meter. 200 Meter. Weg. Die haben das gleiche Problem wie wir, glaube ich. Dass sie von dem blau-weißen Haus beschossen werden. Ich guck sozusagen nach Nordosten gerade. Na, ich nach Westen. Norden und Osten. Da laufen sie aus dem Nordosten. Ich schieße. Einfach nur zum Aufhalten, damit sie nicht die Zone errennen können. So einfach. Oh oh. Hier fährt was zu uns. So ein Höher. Da kommt ein Jeep aus dem Nordosten. Kann ich nicht aufhalten. Die sind direkt hier dran. Einen ausgenockt im Nordosten. Ja, ich auf dem Jeep hier. Und die anderen? Direkt daneben. Direkt daneben. Am Baum. Nordosten. Die sind unten drin, oder? Weiß es nicht. Ich sehe niemanden die ganze Zeit. Also der Jeep ist direkt hinter unserem Haus gehalten. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass die unten drin sind. Ich habe keine Ahnung, was da mit der Granate gemacht hat. Die ist hier bei mir. Die ist aus dem Fenster gefahren. Macht keinen Sinn. Die ist trotzdem aus dem Fenster gefahren. Ey, das macht keinen Sinn. Ich habe hier in die Klappe runtergeworfen. Einfach um zu gucken. Ich kann was move. Wir könnten auch im nächsten Haus sein. Ja, da ist die Tür offen. Im Haus im Süden. Von uns. Ah, und im gelben Haus im Süden. Ben, Ben. Das Haus hier ist kaum noch richtig drin. Aber es ist noch drin. Haus im Süden. Das gelbe Haus im Südosten. Da hat sich gerade was bewegt. Ich guck da die ganze Zeit in die Richtung, aber ich habe schlecht gewissen. Ich bin ein Typ, der im Nordosten. Pass auf, den hole ich mir eben. Gut. Achso. Der hat eine K. Pass auf. Hab ich gemerkt. Der wusste, dass ich hier oben drauf bin. Wäre ungünstig. Er läuft. Oh. Ich werde von direkt unter uns beschossen. Hier am Haus. Gilly, Gilly. Norden Westen. 300. Kommt ans Haus gelaufen. Hab ihn ausgenockt. Das sind noch mehr. Ja. Ich dachte ich kriege den Gilly jetzt. Aber ich habe meine Entscheidung. Die Zone. Die Nutzen. Lor, lull, lull, lull. Kannste in den Rohr auf jeden Fall aufheben. Ah, ihr habt halt rund euch noch ein oder zwei. Hier, nimm das Mad-Kit. Oh. Okay. Da ist noch ein First-Aid-Kit, wenn wir das noch mitnehmen. Scheiß drauf. Ah, wobei. Klar. Wir müssen aber irgendwie halt hier runter jetzt, ne? Ja. Was anderes aus als... Ah, der hier ist direkt unter. Der war direkt... Ach, scheiße. Wir hätten jetzt abschießen können. Der war direkt hier am Fenster unter uns. Ja. Der läuft jetzt gerade nach Süden. Der Ghillie. Sollen wir? Keine Ahnung. Ich geh mal hier rum. Hab sie tot. Nice, Alter. Ich hab nur einen gesehen, so. Dabei habe ich mir den Ghillie verdient und den neuen Helm. Ähm. Du kriegst mal raus. Ich brauch da einfach noch wissen was. So. Wir müssen uns jetzt irgendwie vorarbeiten in Richtung Brücke. Ah, es wird schwer. Ja. Ich bin sorry, dass ich mich schädig bin. Wollen wir jetzt unter die Brücke noch sitzen? Ja. Die sitzen auf der Brücke, nicht unter. Oder könnten auch welche drunter sein, natürlich. Ich weiß nicht. Easy peasy. Am besten jetzt schleichen. Weil runter schauen ist nicht so einfach wie hoch schauen, witzigerweise. Lass die erst mal sich zerbadern würde ich sagen. Das sind drei Leute Jungs. Das ist ein Spot. Ja, wir müssten wahrscheinlich einer links, einer rechts hoch gehen. Ja, anders geht's nicht. Wollen wir das machen? Ich bin grad schon hier links. Ach, du bist da. Sag, wenn du fertig bist. Guck grad mal so ein bisschen hier rum. Wo sie sind im Zweifel. Ich bin noch nicht so breit. Ich seh nämlich niemanden. Ich weiß es auch nicht. Ich seh gar niemanden. Ich seh sie nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung man. Auf der Brücke sind sie nicht. Die müssen wahrscheinlich hier bei Steven. Die müssen auf deiner Seite hinter der Straße liegen wahrscheinlich. Oh doch, ich seh jemanden. Laufen. Wo? Oben an nem Hügel. Laufen sie hier runter. Kommt sie hier runter. Kommt sie hier runter. Ich seh ihn. Hab ihn. Wie gesagt direkt killen. Hab noch einen. Steven goes boss. Hier hinter dem Hügel. Sehr schön. Steven räumt auf, Alter. Drei Leute aufgerollt, Alter. Wait, wait, wait. Wir haben zwei Runden hintereinander gefahren. Japp. Wir haben zwei Runden hintereinander gefahren. Wie sport, Alter. Krass. Die waren voll auf dich konzentriert, Alter. Ich hab die so richtig von unten weggeräckt. Aber ich glaub, die... Die beiden Gilly Dudes haben nicht gerafft, dass ich rechts neben ihnen noch runter droppen konnte. Deswegen war die voll überrascht. Und konnte ich halt die Ecke so nutzen, die ich nur einen Gegner hatte immer. Du hast uns da grad den Arsch gerettet. Aber Vincent, ne? Nein, es geht... Hört den fuck ab!